Wir sind das Inspirative Team. Wir sind junge Erwachsene und ein paar steiler Missionsschwestern. Wir tauschen uns über spirituelle und gesellschaftliche Themen aus. Unsere Werte sind engagiert leben, aus der Tiefe leben und geschwisterlich leben. Aber was heißt das eigentlich? Engagiert leben heißt, wir setzen uns ein gegen strukturelle Diskriminierung und für Klimaschutz. Wir entwickeln einen neuen Lifestyle. Wir machen die Welt zu einem besseren Ort. Aus der Tiefe leben bedeutet, wir gehen unseren Weg zusammen mit Gottes Geist. Dadurch werden wir bereichert. Gemeinsam beten und singen wir. Geschwisterlich leben heißt, wir sind füreinander da und das macht uns stark. Wir unterstützen uns gegenseitig. Wir haben Angebote für unterschiedliche Altersgruppen. Zweimal im Jahr treffen wir uns. Da planen wir unsere Angebote und entwickeln sie weiter. Wir tauschen uns aus und haben natürlich auch viel Spaß zusammen. Im Team gibt es verschiedene Arbeitsgruppen. Zum Beispiel kümmert sich eine um unser Magazin. Eine andere Arbeitsgruppe kümmert sich um unseren Social Media Auftritt. Alle bringen sich mit ihren Fähigkeiten und Talenten ein. Viele sind nach ihrem Matzeinsatz ins Team gekommen. Andere sind dabei, weil sie die gleichen Werte teilen. Bist du neugierig geworden? Dann schaue dich auf unserer Webseite um oder komm mit uns in Kontakt. Wir freuen uns auf dich!